Hallo liebe FCKTV Zuschauer, heute haben wir uns mal keinen Fußballprofi vor die Kamera geholt, sondern die Miriam Welte. Herzlich willkommen Miriam bei uns bei FCKTV. Ja hallo, das hat auch heute einen ganz besonderen Grund, dass wir dich hier haben. Du hast nämlich deinen Vertrag beim FCK verlängert, was wir jetzt hiermit ganz frisch, ganz exklusiv verkünden dürfen. Da freuen wir uns, dass du länger bei uns bleibst. Wie schwer oder leicht ist dir die Entscheidung gefallen, den Vertrag hier zu verlängern? Ich fühle mich hier beim FCK und in der Region einfach super wohl und deswegen war das für mich überhaupt keine Frage, als ich das Angebot bekommen habe, nochmal ein Jahr zu verlängern und freue mich jetzt auch, dass es amtlich ist, dass ich unterschrieben habe und noch ein weiteres Jahr für den FCK fahren kann. Deine Treuer wurde ja schon honoriert nach den Olympischen Spielen, nachdem ihr Bronze gewonnen habt in Rio. Hast du ja schon die lebenslange Mitgliedschaft bekommen. Was bedeutet so eine Geste für dich? Das bedeutet mir einfach, dass ich weiß, ich werde mein Leben lang mit dem FCK verbunden sein und das macht mich unglaublich stolz und ich finde es super toll, weil das schon was sehr Besonderes ist, was ja nicht jeder bekommt und für mich eine Riesenauszeichnung für den Erfolg in Rio von Seiten des Vereins. Also ja, ich bin glücklich drüber. Es ist